Beeil dich! Meine Tochter ist in Lebensgefahr. Los, bewegt euch! Die Gruppe wurde als Geisel genommen. Hier ist auf jeden Fall was faul. Um sie freizukaufen, verlangen sie die Weisen von Al Jabi. Und Sie wären der einzige, der für sowas in Frage käme. Wenn du versuchst, mich reinzulegen... Papa! Dann bringe ich sie um. Na los! Sie sind wieder im Einsatz? Wir sollten auf keinen Fall militärisch dort eingreifen. Mir läuft die Zeit davon. Diese Sendung war. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020